Ja, hallo liebe Leute, wir sind hier in Mandello Delario. Wir sind hier hingefahren mit der neuen Moto Guzzi MGX21, der neue Becker von Guzzi. Das ist das Werk von Moto Guzzi. Ich würde euch gerne mal zeigen, wie dieses Motorrad sich schüttelt und wie es sich anhört, weil es ist wirklich cool. Und das Fahren macht auch Spaß. Vielen Dank.